Miaupu Sie όπως Leute und herzlich willkommen zu einem Discovery Video von mir auf dem Kanal! Gestern ist der Trailer rausgekommen zu Rize of Iron und ich habe gesehen, im Hintergrund bzw. eigentlich wurden es vorgestellt.. ..ganß ein neuer Gegner Typ und den möchte ich euch heute vorstellen bzw. was wir bis jetzt wissen und wie sie eben zu uns wieder gekommen sind... den raum von destiny in unserer galaxie angefangen hat alles damit dass das eben normale gegner waren aus dem haus der teufel und lord salatin hat mit seinen eisernen lords gegen die kämpft damit der kosmetrom beziehungsweise diese wand die ihr kennt wie eine patrullierten seite im kosmetrom geschützt ist beziehungsweise eben unser turm eben wo wir jeden tag immer hinfliegen nachdem eben der kampf vorbei war und lord salatin als einziger überlebt hat und eine kleine gruppierung eben von diesem haus des teufels sich abgesetzt hat zurück in den kosmetrom haben sie dort eine erfindung von vor vielen jahren gesehen die sogenannte sie war oder schiefer ich weiß noch nicht wie man das genau spricht man wie das eventuell in der story erfahren dadurch geht es erkennt er den belagerungsgeist rasputin aus dem kosmetrom und sie war war circa auch seine erfindung von den menschen oder eine weiterentwickelte technologie von maschinen dass sie die ganze zeit irgendwelche sachen infiltriert hat das sieht man hier im hintergrund wie damals ja diese bunker und aus als alt russland ebenso aufgefressen hat von hinten und selbst modifiziert hat das ist eigentlich so ein mechanischer computer virus war der sich selbst beziehungsweise sich immer weiterentwickelt hat da dann zufälliger weise die gefallen auf dieses virus gestoßen sind kam eine neue art von gegner hervor und diese idee jetzt im hintergrund eben die gefallen und die geächteten mit den holz captain huckbeinen beziehungsweise die sind ein bisschen verändert und andererseits auch die ganzen captains mit veränderter farbe beziehungsweise mit anderer rüstung und dieses virus ist auf die gefallenen übergesprungen und hat sie ebenfalls modifiziert denn es gibt eine neue art von gegner bei den gefallenen und das sind die slicer ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen und die sind eigentlich gedrillt daran dass sie sich selbst modifizieren also dass sie selbst zu einer biologischen waffe werden und sich selbst modifizieren damit sie immer stärker werden und stärker werden und dadurch ist eben dieses haus des teufels entstanden beziehungsweise diese untergruppierung von diesem gefallenen haus was denkt ihr davon beziehungsweise was habt ihr für ideen von die gegner woher die kommen beziehungsweise was wirklich mit denen passiert sein könnte schreibt es mir bitte runter in die kommentare und das war es auch schon wieder mit dem video von mir dass ein leichter sich gefallen hat und abonniert für mehr destiny videos danke tschüss